Willkommen zur nächsten Folge, Raft mit Aria und kein Fischi. Hallo. Und wir sind jetzt schon ein bisschen besser gestellt. Wir haben eine Mütze, jedenfalls ich, ich bin der Käpt'n. Angeber. Für Notfaller machen wir eben eine Motorei. Ich weiß nicht, überworte. Alter, das Radio hört sich so komisch an im Wasser. Im Wasser? Im Wasser hört sich das Radio so komisch an. Ach so, ah warte mal, ich kann einfach Pro-Bahn hören. So ein bisschen am Pro-Bahn, ja. Möwe. Nächster fetter Fisch. Alter, Möwe, hau ab du! Doppelte Möwe vor allem. Ja, die kommen um uns, weil er packt die Missfischermachen mit dem Sperrblatt, da haben wir zum Essen. Ja, ich habe auch noch den Sperr. Ich muss ja jetzt erstmal für Fischen alles hier in den Planken platzieren. Oh Gott. Hat noch wer acht Planken, ne, wa? Ich hab 14. Ich hab acht, könnte ich mal gebrauchen. Ich würde sterben. Oh, okay, ich hab nochmal einen Frisch bekommen. Sehr schön. Wo ist der Heiber? Bei Ebay. Kleinanzeigen. Hier ist er auf jeden Fall gerade nicht. Ich sag mir mal ein paar Steine, wenn wir einfach noch hier sind. Junge. Bei mir nur Steine. Mal ein bisschen Eisen, dann habe ich schon. Schrott meinst du? Nee, richtige Eisenblöcke. So. Ich hab einen Bolzen. In der Hose? Ja. Das ist gut. Ah, hier ist nochmal ein bisschen Kupfer. So, ich komme wieder. Mein Haken ist kaputt. Ich hab jetzt 30 Schrott gesammelt. Ich hab noch sechs Schrott und schon mal drei Nägel. Das ist gut. Steine habe ich auch drei. Haben wir also schon mal einen Anker verraten für Notfälle. Ton, Steine. Das ist wie ein Salatköpfchen hier unten, das sag ich. Der Hai ist wirklich weg, ja? Oh. So, meine, den Tisch. Werfunger. Mach mal ihr beide erstmal. Ich bin mir erstmal unter Wasser hier und ein bisschen was wegluten. Na, ich hab fast voll wieder, deswegen. Brauchst du Planken? Oh, warte. Wenn du 14... Ja, wenn du 14 Haus wäre schon gut, dann könnte ich den Tisch machen. Da hat außerdem noch mal was verloren. Äh, das ist eigentlich meine, aber ich hab's einfach extra gelassen. Das ist Sand. Braucht man nachher mit tun, aber ansonsten eher nicht. Sand und Ton hab ich. Ich will das Radio näher ran tun. Ja, nimm's doch. Ich hab's nur erstmal dahin gepackt. Hörst du das? Ja. Ich hab's auf der Schulter. Ghetto Blaster. Alter! Was sagst du denn auf mich? Hab ich jetzt eine Anzeige hängen? Ich hab Ton! Das ist ja der nächste Fisch. Aber das ist Mono, oder? Ey, Aria. Ja? Denkst du, was ich denke? Ja, ich glaub schon. Meinst du, das können wir machen? Dass ihr euch jetzt verpisst. Ich weiß nicht. Wer hat denn... Ich weiß nicht. Oh Gott, wir haben einen Riesenfisch. Oh Gott, der zieht uns. Alter, der Fisch zieht uns hier weg. Wir können nichts dafür. Spinner. Lebt wohl, Uni! Lebt wohl! Ich hol euch schon ein, keine Angst. In der Unzim, der Wind ist richtig stark. Alter, was ist denn das? Wir können nichts machen mehr. Tut mir leid. Nein, er ist weg. Oh, hast du noch ein paar Planken? Der Fisch ist noch nicht ganz durch. Hier ist der Hai. Der Hai steckt fest. Der kommt nicht mehr raus. Na toll, so fett gefressen. Ja. Der hat sich an mich gefangen. Was erhortet er? Jetzt könnte man ihn abschlachten. Wenn man nen Speer hätte. Ey, merkst du nicht, dass wir schon bei der Insel weg sind und wir sehen uns nicht mehr? Ja, das dachte ich mir schon. Ich seh' ihn! Kommt er noch hinterher? Ja. Oh, hast du zwei Plastik? Ja, hab ich. Oh, ich brauche einen neuen Haken. Hast du ein paar Zingolder, Junge. Eins, zwei. So. Wir lassen den YouTuber alleine. Gut, die Makrele kannst du dann haben. Die bringt eigentlich recht viel. Kommst du? Nö. Du bist das Video. Komm her. Der Kameramann ist weg. So viel Ballast. Komm her, ihr scheiß Zeug. Wenn das Floß zum Beispiel weg ist, ist die Insel eh weg und, äh, dann ist der Hai frei. Ja, ich hab das Segel auf die Insel getan, sonst willst du nicht mehr. Dann paddel ich wieder hin. Ihr hätt noch warten könnt, er wär bestimmt von alleine zurückgekommen. Na, wir können doch mal anders langfahren. Wir fahren doch wieder zur Insel, ist doch doof oder was? Komm jetzt her. Okay, Angel kaputt, ich wollte nur noch einen kleinen erwischen. Ey, er ist ja wieder da. Ah, er ist wieder da. Ah, er ist wieder da. Ihr seid so langsam. Lass mich. Ich dachte, ich hab doch gesagt, ich komm hinterher. Gut, der Fisch ist fertig, wer will. Mit Krelo, bringt mir mehr Energie. Yes. Gut, dann haben wir hier noch einen kleinen Mini. Oh, ich bin so voll. Fast. What the fu- Ey, noch eine Insel. Was, wo? Da. Da hinten hier. Ja, aber wie und die Inseln, haben wir denn überhaupt noch eine Axt? Ich? Ich hab immer noch eine Axt. Eine Stein-Axt bräuchte ich sechs Planken und zwei Schnüre. Zwei Schnüre hab ich, okay. Ich hab sieben Planken. Dann könnt ich mir auch noch eine Axt machen. Nein. Denziert sich nicht. Wir brauchen doch den Forschungstisch. Stimmt, da müssen wir erstmal darauf sparen. Aber wenn wir jetzt wohl auf eine Insel kommen, ist es auch natürlich scheiße, weil wir dann nicht genug Planken kriegen, oder? Ich hab eine Axt. Achso, das ist gut. Hör mal zu. Dreckvieh. Der Heil kommt. Ich werde nicht mit der Faust zu hauen hier. Ne, leider nicht. Wir haben wieder kein Feuer. Das ist Fressi. Hab dich. Hab dich. Ey, musst du nicht weg. Hast du vorhin nicht den Wango-Baum noch gekillt? Äh, gefällt so rum. Ja, hi. Der Heil greift schon wieder an. Wir bräuchten mal wirklich einen Speer. Ja, ich weiß. Aber ich hab immer noch keine... Segelt das Schiff oder nicht? Ich hab sogar Metall-Barren in der Tasche, siehst du? Ah, komm. Oh, der Korall-Riff ist so grisig. Gut, gut, fand ich richtig, wie's aussieht. Wenn nicht, kümmerst du dich um die Bäume. Ich guck mal, ob ich die Fässer da hinten noch erwische. Okay, ich bin drauf. Spider-Man, Spider-Man. Hab ich. Verlässt mich nicht! Ich hab's gesehen! Kriegst du keine Melone. Ich fahr ne Runde rum. Ich hab ne... Ich hab... Ich hab Spon-Sponz-Haus! Doll. Er hat die anderen noch geklaut, ne, voll. Ich fahr schon ganz oben. Melone. Ich hab' aber auch nicht grad viel Holz hier, wa? Siebzehn Holz. Okay, ich hab' hier... Oh, dann kann man den Vorschachstuch, glaub ich, machen. Ja! Wenn du mir sieben gibst, dann kann ich den Vorschachstuch machen. Dann komm her! Wo bist du? Wo bist du? Such mich! Ja, ja. Äh... Äh... Äh? Äh? Äh, bist du irgendwo auf der Insel noch, oder was? Ich bin in der Nähe von der Insel, ja. Ganz nah bin ich, verdammt. Ich sag' nein, es ist nass. Also irgendwo unterhalb ist er schwimmen gegangen. Aber ich seh' ihn nicht. Komm mit... Ah! Okay, habt ihr euch in der Iron-Karte auch gesehen? So, mach mal. Dann könnt' ich den Vorschachstuch schonmal herstellen. Hätt' man das schonmal. Ehm... Sehr schön. Hey. Sagt dem Kapitän nichts. Geh... komm her, Aria. Kapitän, nur so fast abzuhauen! WAAA! Nein, eigentlich hab ich gar nicht hingeguckt. Alter, ist ja schnell! Um... Schwimm, schwimm, schwimm! Ich hab sehr viel Holz und Materialien, wenn ihr mich hier lässt! Ich hab nicht hingeguckt, wo ich hintreib. Ich war grad hier am Backen und Kochen und Nachpflanzen. Alles klar Kommt wieder her Stell mal den da hin So, schön in die Engel getrieben So, ich hab ja Dingsbums, Schrauben schon mal rein Wasser von schwarz ich Scharniere Hier ist Ton und Sand Und ich wills da holen alles Sand ist erforscht Schmutz erforschen Ton kann man nicht erforschen Ich hab sehr viel Ton, deswegen bin ich hier Lernen Wohnzahlen, die brauche ich, keine Frage Erforschen Erforschen So, jetzt können wir schon mal das letzte Schießdings herstellen Brauchen wir bloß noch Kugelfisch Und Schafe schieren können wir auch Für den Kochbord müssen wir noch Planken erforschen Pack mal eine Plank hier rein im Forschungstisch denn Ey, wieso gehen wir nicht zum Dings zurück? Wieso treiben wir da nicht hin? Oh, ich hab aber gerade keine Planker Okay, komm wieder Das, äh Ah, die Seblätter konntest du noch erforschen? Hab ich jetzt insbesondere gepackt? Wir kommen irgendwie nicht näher ran Die Seile, jetzt kann man... Wir haben auf Brems sichtet Oh, jetzt haben wir eine Metallangel Ja, das ist gut Den Stein konnte man erforschen Die Nägel konnte man erforschen Zum Beispiel konnte ich mir gut merken Ah Die Muschel konnte man erforschen Hast du das schon? Ja, hast du schon Metallteile, hast du schon Gut, mehr haben wir dann Lass mich das Buch Ich will mal lesen Du musst mal eine Plankerin machen Dann haben wir noch mal Seetangren machen Und wir beenden die Runde erstmal Bis zum nächsten See ya Ciao, ciao Bye Bye Bis zum nächsten Mal